Wo steht im Koran die Steinigung? Wann hat der Prophet Muslimen gesteinigt? Dazu gibt es kein Beispiel. Und das sind die Strafen, die im Alten Testament stehen. Also das sind die Christen und Juden, die mit diesen Strafen gebunden sind nach ihrer Religion. Weil in ihren Büchern steht, dass die Steinigung ist erlaubt. Der Koran hat das nicht gesagt. Also wenn es in Islam ist. Das war so, dass zur Zeit von Propheten Muhammad, Propheten Muhammad hatte, bevor die Lehre des Islams offenbart wurde, hat er die alte Lehre, das ist die christliche und jüdische Lehre, die Alte Testament und Neue Testament gefolgt. Und als der Islam, als der Koran ganz offenbart wurde, dann waren die alten Lehre des Islams nicht mehr gültig. Und dann haben wir den Koran. Also bis zum Koran hat man die Lehre der Bibel gefolgt. Und diese Strafen gibt es im Alten Testament, nicht im Koran. Und die Muslime haben vielleicht fälschlicherweise so gedacht, dass diese Lehre gilt immer noch weiter für uns. Wir müssen dem Koran folgen. Jetzt nicht Alte Testament und Neue Testament, wo es diese Strafen gibt.